Natürlich besser aussehen. Wer möchte das nicht? Dass der Weg zur Traumfigur nicht immer schwierig sein muss, zeigte die Jura International GmbH auf der FIBO 2014. Der Schlüssel des Erfolgs liegt in einem ausgewogenen Säurebasenhaushalt, denn genau hier stoßen viele Diäten und Abnehmkuren an ihre Grenzen. Es gilt ganz generell, was der Körper nicht ausscheiden kann, lagert sich ab und geht in die Figur. Und das merken wir zunehmend im Markt. Die Figurprobleme werden immer hartnäckiger. Wir haben tolle Anfangserfolge mit dem Kalorienzählen über die Ernährung, über die Bewegung, über den Sport haben wir tolle Anfangserfolge. Aber es wird zunehmend früher immer hartnäckiger, gerade in den Problemzonen, weil genau dort lagert der Körper Säuren und Schadstoffe ein, die er nicht ausscheiden kann. Um diese hartnäckigen Figurprobleme gezielt anzugehen, hat der Säurebasenspezialist Jenschura den Dreisprung der Entschlackung entwickelt. Dank der dreistufigen Methode ist es endlich möglich, bislang auch festgebundenes Körperfett und Wasser abzubauen, auf ganz natürliche Art und Weise. Fest abgelagerte Säuren müssen im ersten Schritt gelöst werden, reaktiviert werden. Das macht der Körper nicht freiwillig. Da geht er nicht freiwillig dran. Das müssen wir ganz gezielt forcieren und das machen wir aber auf ganz natürliche Art und Weise. Im zweiten Schritt müssen die reaktivierten Säuren neutralisiert und abtransportiert werden. Unterstützung kommt aus der Pflanzenwelt. Mit dem Granulat Wurzelkraft hat der Hersteller auch dafür das passende Produkt auf den Markt gebracht. Dazu haben wir ein omnimolekulares Lebensmittel entwickelt, über 100 Pflanzen schonend getrocknet, fein zermahlen, also insofern auch naturbelassen, diese 100 Pflanzen, damit wir eine Rundumversorgung haben mit pflanzlichen Vitalstoffen, mit deren Hilfe der Körper dann alles neutralisiert, abtransportiert und die im zweiten Schritt auch noch ganz, ganz spannend sind zur Regeneration. Der wichtigste und alles entscheidende Schritt erfolgt in Stufe 3 der Yen-Shura-Methode, die Ausscheidung der belastenden Säuren. Unterstützt wird der Körper durch meine Base, dem Körperpflegesalz mit dem Gewissen Extra. Spezielles basisch-mineralisches Körperpflegesalz, was die Haut zur gezielten Ausscheidung von Säuren und Schadstoffen aktiviert und das ist der entscheidende Schritt, den Körper von den Säuren auch wirklich zu befreien, damit sie den Säurebasenhaushalt nicht belasten oder sich halt schlimmstenfalls wieder irgendwo anders ablagern. Der Vorteil für Studiebetreiber liegt auf der Hand. Das innovative Konzept aus dem Hause Yen-Shura setzt genau da an, wo es den Mitgliedern am meisten wehtut, bei ausbleibenden Trainingserfolgen. Und hier wird das Thema Entsäuerung immer zentraler. Säuren verhindern diese Erfolge und das wird von immer mehr Studios erkannt. Wir haben dazu einen Säurebasencheck entwickelt, mit dem man das dem Mitglied sehr schön deutlich machen kann, diese sogenannten Symptome der Übersäuerung, worüber es dann deutlich wird und was die Probleme im Alltag letztendlich sind und haben dann dazu das Konzept entwickelt, wie man diese Probleme auch wirklich ursächlich mal in den Griff bekommt. Für die Mitglieder bedeutet das, nur wer die Spielregeln des Säurebasenhaushaltes kennt und beachtet, wird beim Training dauerhaft erfolgreich sein. Yen-Shura unterstützt Sie dabei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017